Jo Leute, und zurück bei Let's Play Battlefield 3, zusammen mit Jonas und Smoke. Davos. Und wir... Ein kleiner Raucher. Genau. Und ich hab mal wieder irgendwelche Grafikfehler. Oh warte, ich tapp mal kurz raus. Und dann tapp ich wieder rein, weil... Alter, 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 Alter! Jo. Ich hör mich grad doppelt und der ist ein Gegner vorhin. Der ist getrappt. Wurde raus. Wurde rausgeschossen. Ja, das war der dümmste Fail, den ich je erlebt hatte. Ja, ich hab hier links so Grafikfehler. Ich weiß nicht, ob das mit-recorded wird. Aber... Bin mir relativ sicher, dass es an den Grafikkartentreibern liegt, weil die spacken sowieso in letzter Zeit richtig hart rum. Und deshalb geh ich mal ganz kurz auf den Desktop und komm mal direkt wieder rein. So, wieder zurück. Und dann, äh, ja, sind jetzt diese kleinen Grafikfehler weg. Ach, übrigens, ich werd mal hier diesen... den... 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 Push-Rush machen. Wie... wie lauf ich denn da am besten? So, da mal ein Nathan. So. Wie? Kein Loch in der Mauer. What the fuck? Hallo, ich will hier mal raus. Vielleicht. Ja, geht doch. Dann kam ich denn hier drauf. So, jetzt. Und es sind erst, ja, fünf Leute da. Daher kann man jetzt noch nicht... So, sehr... Wupser. Hallöchen. UD-Bot. Jetzt die Frage, wo kam der her, ne? Hallo? UD-Bot? Zur Hölle. Ja, und deshalb kann man jetzt noch nicht so richtig, äh, spielen... David, ich behme mal da oben aus. Ja, markier vor allem mal. Bin doch schon dabei. Ich bin in den Baum geflogen. Ich hab mich jetzt... So an die Farquay-3-Steuerung gewöhnt. Ich drück die ganze Zeit jetzt C zum Bücken. Aber da passiert nichts. Und V für die... Und ich dann für Zoom. Ich tropf den Typ da hinten nicht. Ja. Geh weg. Geh weg von mir. Ja, genug. Lol, David, das machst du. Aua, 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 da kommt ein Sniper, hm, ein Sniper, aua. Verstecken. Wird da gerade ein Fleck ge... Hm, okay, Sniper, kann ich auch? Kann ich auch? Kann ich, kommt, ah, ich treffe ein. Sniper tot. Ja, manchmal... Nerven solche Leute dann auch. Okay, was werden wir machen, wenn man gepusht wird bei... ...so wenigen Spielerzahlen? Ja, ähm, Vorsicht, hab nen feindlichen Sniper gesichtet, over. Ja, mit der Centurion. Egal, 6 Kills hab ich noch geschafft. Geh mal grad zu A wieder. Ist auch eigentlich nur fair, dass mich mit des Centurion können, wenn ich jetzt Spawn Raper. Oh, damn Spawn Raper. B king ACS Ne Auf der Rechten Seite? Ding. Ach, Links von uns. Naja, der von den aufs Recht. Ok. Ach, verdammt. Der ist gefehlt. jetzt in der rpg wohin ich habe rossen gekillt ich hab 50 lustig wie einfach die meisten russen in ihrem namen er wird er ist dank seiner wodka rein schreiben auch kommen wir das mit den vorurteilen da einig haupt der typ hier legt sich aber auch ordentlich ein ab und ich treffe nix doch jetzt aber ah danke kälst du da normal ich lege die flair ich lege die stinger ich stelle ich gehe mal ein bisschen aggressiver drauf ja ihr könnt bis eigentlich ganz weit nach vorne ja mit meiner sniper ist jetzt nicht so von vorteil aber ein bisschen weiter vor ist doch schon ganz praktisch ich fliege gegen den baum und sterbe weil ich gegen den baum fliege stark because fuck you that's why ja fast noch äh achtung haben weh ich rutsche mal hier ein bisschen rüber das war der letzte schuss ich hab deren haben weh wo es wohl oder was gesnipet oh god da ist tatsächlich einer durchgekommen haben sie haben sie geplantet ja ja aber der typ der wo gammelt denn der sich ich nehme mal sprengen mit ich spreng mal nehmt mit aber der ist wahrscheinlich direkt von a nach b gelaufen das war ein iot bot nur so nebenbei ach der sneekt sich mit seinem blöden iot bot die ganze zeit darunter ist ok ich habe luftradar bekommen ja ja da hinten ist doch einer auch 108 tickets das kann eine lange runde werden da jetzt los mich mal abzuholen was willst du hier das gibt ja eh nichts zu tun außer er hat von da oben da mit der rpg runtergeschossen ich zieh mich auch mal in so einen wachtturm rein na wie kommt man da hin was machen wir halt auf unserer seite aus jonas jetzt kann ich wirklich deine info gebrauchen David du bist tot und David du musst etwas lauter reden weil die bei der eben das verändern dieses dingens und das kam gerade zum beispiel nicht durch ein baum und kann man das nicht machen wie ein css dass man durch bäume schießen kann und durch türen und sonst auch eigentlich alles fast alles ja und da soll man nicht so abhauen hier keiner von uns spielt hier medic äh medic mein sag ich schon uni das ist dann nicht ein money boy das ist dann money boy das ist dann auch als jetzt jetzt ist das das ist die kugeln steig aus dem steig aus dem naja steig aus dem jet links oder rechts leg mal mehr von uns aus links jetzt bin ich keine sparen was soll das ach so ja komm mal ran jetzt hier ja jetzt bin ich bei uns gespawnt ach ich habe ja gar keinen Ich brauche nicht den Scope drauf. Ja, ich will slide uns hier einen ab. Komm und fähig, warte, warte, warte. Olof. Olof. Du Spacken. Gibt doch auch ein CSS den Olof. Ja, und der... Olof 94. Olof, was geht ab? Voll der sick editor, wow. Das ist mein Auto. Aber der ist ja total umstritten, irgendwie. Und das war mein Auto. So, und der Typ, der kennt den auch noch ganz dahinten. Ne, 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 den schnapp ich mir mal. Hallo Medipack. Ne, ein ZFW. Komm mal, komm mal ran hier. Du hast mit dem ZFW erst richtig abstaubt. Ich meine, ich hab jetzt ja auch 13,4. Bei 2. GG. Olof. Da unten ist irgendwo einer. Da hinten läuft einer Richtung. Auf dem Weg zu B, ist jetzt hinten in dem Haus drinne. Nein, geh nur zu A. Ich schnapp mir den. Oh, dieser schweiß macht Russen. Ja, die haben einen. Einen haben die auf jeden Fall. Wie ich mal wieder nicht, ich treffe. Oh, au. Halt. Der lebt immer noch, ne? Fuck. What are you doing? Ich faile wie immer. Kennst mich doch. Warum schon, Def? Warum schon, Def? Ja, irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Das ist ja ein IoT-Bot. Junge. Ne, vor allem ist er GP30. Äh, Leute. GP30, Junge. Du sitzt in dem anderen Haus da. Ja. Urlaub. Geil. Ich muss jetzt auf B aufpassen. Mal ganz schnell. Oh, der Typ war ja richtig cool. Äh, cool. Ach, wow. Olof. Gay. Okay. Der gammelt jetzt bei A, geht Richtung B. Nice. Patsch in my route. Okay, Patsch. Äh, Heat is down. Ist unser. Ah, fuck. Du, jetzt leicht, nur bis ich B4 an die M kommen. Ja, mach mal. Oh, wow. Da ist ein IoT-Bot noch, ne? Fuck, die kommen, die kommen, die kommen. Die sind dran. Da ist ein IoT-Bot, der hat sich verfahren. Der ist innen. Geht nicht mehr, ne? Ich will weiter. Okay. Da ist immer noch so'n Sniper aufm'n Dach. Der war aber gut. Sniper aufm'n Dach tot? Ja, jetzt waren sogar zwei Leute aufm'n Dach. Links ist noch einer. Ach, alter. Setz doch dein verkacktes Sniper ein. Ja, gut, dass er dann doch noch mehr Schaden macht, vor allem. Alter, dieser Olaf, der soll sich mal getrost an die Eier packen und nach Hause gehen und packen. Meine Fresse. Ah ja, schön. Du lebst. Wir kommen alle über rechts. Alle rechts. Den Urlaub hab' ich. Der hat es noch nicht gesehen. Der tot. Oder kommt noch was? Gatti, brauchst du Hilfe? Gatti, brauchst du Hilfe? Gatti, brauchst du Hilfe? Hier ist dein Medikip, Mann. Oh, ich brauch eh noch Nachschub für's. Auf'n Ding. LOL. Achtung, Humbi. Humbi kommt. Warte, 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 warte. Wenn der Typ bei B ist, lass den Typen zu B fahren. Er ist schon tot. Also der Pazzer. Äh, der, der, der Humbi. Und der Typ? Ne, nicht der Typ, sondern der, der, äh... Alter, ich hab den Typen da drin. Der war keiner. Der da drin war. Der da drin war. Ja, aber in B war keiner. Jo, ich komm nicht hoch. Ach du, da hinten ist noch irgendwo einer. Ich bin auf Distanz genauso gut wie du, du Sniper nur. Der Turtletyp von eben ist wieder nachgeginnt. Ich hoffe, der kommt zu uns. Einfach eben ins gegnerische Kampfgebiet reingehen, zwei Leute killen, wieder rausgehen. Wohl ja, gute Idee. Oh fuck. Ja. Was wir machen. Bin schon die ganze Zeit dabei. Oh. Ich kann gerade leider keinen Spot. Ach du, der kommt, der kommt. Auch ein Highpack. Hier, komm. Guck mal, was da unten angerutschtkommt. Haben wir. Guck dir geil aus. Von wo? Von wo? Da hinten. Der Part ist vorbei. Und zwar... Jetzt. Ja. Und zwar total der gammel Part. Alles egal. Kann man ja mal sagen. Ja, vielleicht füllt sich der ganze Krams noch ein bisschen mehr. Und ja. Wir sind jetzt sehr cool. Am Anfang waren es 45.8. Ah ja, ist doch gut. Und ja. Guck mal, wie es so weitergeht. Und... So. Bis gleich zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.